Hallo Freunde von Amisier-Tablette, hier ist euer CrunchGow und heute machen wir mal wieder was anderes zu World of Warships, nämlich mal kein Gameplay-Video, sondern mal wieder ein kleines bisschen zu den neuesten Patchs, der kommen wird. Patch 0.4.1 ist bereits im öffentlichen Test, heute ist Ende 15. August 15.30 Uhr, dann wird der öffentliche Test, der Public-Test, abgeschaltet, den man auf einen Extraspiele-Client, den man sich auf einer Seite runterladen konnte, durchführen konnte. Das heißt, man konnte sich den einfach runterladen im Public-Client und dann das Spiel mit diesen neuen Änderungen schon mal antesten, schon mal gucken, wie es gelaufen ist und jetzt so langsam aber sicher geht es auf den Rollout hinzu und dann wird der auch für alle anderen Clients, für die ganz normalen Clients ausgerollt werden, nachdem man vielleicht noch die ein oder andere Stellschraube so ein bisschen bewegt hat. Was hat sich geändert grundsätzlich in 0.4.1? Es gibt zum einen gewertete Gefechte, das heißt, ihr könnt mit anderen Spielern antreten und in einem Event ab Konto Level 9, das heißt, mit dem nächsten Update wird es das Konto Level 9 auch geben, könnt ihr zwischen den Stufen 6 und Stufe 7, das sind die Stiffe, die dafür zugelassen sind, in diese gewerteten Gefechte reingehen. Es dürfen keine Divisionen rein, es werden nur maximal ein bis zwei Flugzeugträger und Schlachtschiffe mit dabei sein und dann kann man diese Sachen spielen, also dieses gewertete Gefecht. Nachdem man ein gewertetes Gefecht gespielt hat, kann man sozusagen, wenn man gewonnen hat, Sterne verdienen. Diese Sterne, wenn man genug gesammelt hat, erhöhen irgendwann den Rang von diesen gewerteten Gefechten und dann tritt man auf immer gleichrangige Spieler. Bedeutet mehr oder minder, dass man das wie bei Hearthstone zum Beispiel kennt, da ist das Prinzip genauso. Man spielt ein gewertetes Spiel und irgendwann steigt man im Rang auf und die Gegner werden immer schwerer. Das hat an sich sonst kein Gimmick großartig, sondern es ist einfach nur dafür da, dass man einfach sich mit anderen gleich guten Spielern messen kann und man hat jetzt auch nicht deswegen mehr Goodies oder mehr Erfahrungspunkte, aber sie erhalten bestimmte Ressourcen, was auch immer das sein mag, vielleicht Flaggen, ich bin mir nicht sicher, das haben sie ja nicht geschrieben, bestimmte Ressourcen, die man dann im Spiel auch tatsächlich einsetzen kann. Das heißt, wenn man einen bestimmten Rang erreicht hat, gibt es immer so ein kleines Goodie dazu und dann kann man auch entsprechend diese im Spiel einsetzen. Aber wie gesagt, was es sein wird, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt dieses Testwochenende leider verpasst, aber ich dachte mir, ich informiere euch trotzdem mal darüber. Was gibt es noch? Es gibt neue Karten und zwar gibt es die neue Karte Wasserstraßen. Die wird so im Mittelmeer, zwischen Mittelmeer und Nahen Osten ist die so angesiedelt, um so diese Italienschlachten und der italienischen Küste nachzuspielen, wo es so um die britische Trägerflotte rund um Malta ging. Und es gibt die Wasserschlacht, nee, nicht die Wasserschlacht, die Karte, die Solomon. Das sind dann wahrscheinlich so kleine Archipel, oder es sind kleine Archipel, wo man dann auch entsprechend die Schlacht der Solomon nachspielen kann, in Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass man das auch wirklich dann super, super gut machen kann, weil das war eine realistische Schlacht und historisch ist hier noch nichts eingefügt worden. Aber so in etwa soll diese Karten aussehen, dass man da so ein kleines bisschen, ja, Vergleich zu hat und dass man sich so ein bisschen daran erinnern kann. Die Landschaften selbst sind ein bisschen liebevoller gestaltet worden inzwischen, wenn es auffällt. Manchmal gibt es in der Minimap unten auch kleine Veränderungen der Kartendetails. Es sollen aber auch jetzt Bäume und Vegetation mit dabei sein, die es dann ab der mittleren Einstellung der Grafikstufe dann sichtbar geben wird. Ansonsten gibt es bei der Luftfahrt eine kleine Änderung. Es wird keine Einklickbefehle mehr geben. Das heißt, man kann auch die Jäger in so eine Art Gebiet zuweisen, wo sie dann ihre ganze MG-Schuss aufbrauchen und wo sie dann so eine Art Sperrfeuer drauf einrichten. Das heißt, man kann da gegebenenfalls auch ankommende Torpedobomber und Bomber-Arc zusetzen mit dieser Taktik. Die schießt allerdings dann relativ schnell das MG-Gewehr leer. Und dann heißt es, wieder zurück zum Flugzeugträger auftanken, weiter geht's. Also das wird auch nochmal neu sein. Das wird dann dazukommen, muss man mal auch antesten, ob sich das wirklich viel besser fliegt, weil es wurde wohl bemängelt und es wird halt viel gesagt, dass Jägerstaffeln eher so ein bisschen einfach hochgeschickt werden und dann vergessen werden oder irgendwo hingesetzt werden. Dann ist gut, ne? Und das soll dann so ein bisschen wieder den Anreiz geben, Jägerstaffeln auch wieder gezielter einzusetzen. Was wird es noch geben? Es gibt eine Verbesserung am Matchmaking. Jetzt mit diesen ganzen gesammelten Daten, die Wargaming hat, konnten sie entsprechend auch Änderungen am Matchmaking vornehmen, so dass jetzt zum Beispiel Flugzeugträger nicht mehr an einem Punkt spawnen sollen und sie dann sich quasi gegenseitig schon behaken und behindern, sondern die sollen symmetrisch verteilt werden. Zum Beispiel ein Flugzeugträger rechts, ein Flugzeugträger links auf der Karte. Also so, dass das auch dann hinterher passt. Inwiefern sich das auf Divisionen auswirkt, können wir euch dann wahrscheinlich sagen, wenn der Patch raus ist und wir mal ein Match in diesem neuen Matchmaking gespielt haben, um zu gucken, okay, wo landen jetzt zum Beispiel Divisionen. Das haben sie jetzt soweit noch nicht gesagt, aber ich denke, auch da haben sie ein bisschen dran rumgeschraubt. Ansonsten gibt es Veränderungen an den Schiffballons. Dabei ist vor allen Dingen auch eins rausgekommen. Schlachtschiffe sind deutlich genauer, was jetzt so eine Entfernung von bis zu drei Kilometern angeht. Das heißt, die Hauptgeschütze sind um einiges genauer, so nah ein Schiff auch dran ist. Drei Kilometer ist natürlich ziemlich nah dran. Da behagt man sich ja schon mit den Sekundärgeschützen ordentlich, aber da soll die Zielgenauigkeit deutlich verbessert worden sein. Die vorbestellbaren Schiffe Sims und die Yubari wurden auch verbessert. Die Sims erhält sozusagen neue Torpedos, die langsamer sind, aber mit einer größeren Angriffsreichweite. Und die Yubari erhält die Verteidigungsbewaffnungsverbrauchsmaterialien, welche die Flugabwehr insgesamt verbessert. Das heißt, man kann dort einen kleinen Boost auf seine Flak geben und dann die Jäger vom Himmel holen, die dann da sind. Inwiefern das Sinn macht, muss man natürlich erstmal gucken. Ich hatte erstmal so die Bedenken, Yubari, schnelles Kreuzerschiff mit Torpedobewaffnung. Fast schon so ein kleiner Zerstörer. Wenn ich jetzt dann noch mich aufmerksam mache, wenn ich die Flak einsetze, dann werde ich ja eher mal entdeckt, wenn ich auf irgendwas schieße. Muss man mal gucken. Ansonsten sind viele japanische und amerikanische Schiffe neu ausgerichtet worden, neu ausbalanciert worden. Und da kommen erst noch die genaueren Informationen in Kürze von Wargaming, weil das wohl sehr massive Änderungen, sehr viele Änderungen vor allen Dingen waren, dass man die jetzt einfach nicht in die neuesten Patch-Notes mit reinbringen konnte. Ansonsten bleibt bei uns am Ball. Wir berichten euch, sobald wir andere Neuigkeiten von den Patches haben. Wir werden dann euch natürlich wieder in einem kleinen Info-Video davon berichten, wie die Patches aussehen, was gemacht wird. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Format, wenn ihr die Infos nochmal mehr oder minder so hören könnt, ohne das alles lesen zu müssen. Wir geben euch trotzdem den Link zu dieser entsprechenden Patch-Notes mit dazu. Die schreiben wir einfach mit in die Beschreibung unten rein. Und dann könnt ihr euch das auch gerne nochmal alles durchlesen. Alles klar? Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß. Schaut wieder bei uns rein. Schaut in die anderen Videos rein. Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis dahin. Ciao!